so und damit willkommen zurück zu let's play minecraft wir haben in der letzten folge hier ja den schönen höhleneingang gebaut und wir werden jetzt mal schauen dass wir jetzt mal erstmal die nacht überleben bzw schlafen gehen fängt ja schon gut an folge geht los erst mal ich laufe gegen die wand verdammt das wollte ich gar nicht vor die tür zu machen so es zieht so dann wollen wir natürlich jetzt erstmal hier ein bisschen die mauer hochziehen wir ziehen die mauer hoch hört sich auch irgendwie falsch an die mauer hochziehen ich weiß gar nicht ob ich noch fenster ein solcher noch fenster reinmachen nachkommen kommen wir hier jemand fenster rein so dass weiter kann man da gucken ob da jemand kommt sondern mich dann nur sand sammeln alles ist ja das das wird ein mächtiger anbau überhaupt nicht wie ich in der letzten folge schon sagte übertrieben voll nicht ich muss mir echt überlegen durch die fenster rein macht weil ich will ein bisschen bisschen licht von außen möchte ich ja haben ich muss es einfach tun es tut mir leid ich muss weil ich muss ja auch ein bisschen für essen sorgen zwischendurch und die laufen da gerade na du guckst du siehst und das ist schwert schon kaputt wir haben ja noch genug da so sehr schön von eingesammelt ja mein gott stufe 31 sind wir schon wahnsinn ich weiß gar nicht wie viele stufen insgesamt gibt in dem spiel ob es hier noch jede menge andere stufen gibt also ob man irgendwie einen level begrenzung hat hier werde ich glaube ich auch noch meine tür einbauen ja genau eine tür kommt hier noch rein so hier wird zugemauert dann kann man hier durchgehen so genau sehr schön und sieben wir hier hier noch nicht nehme mache ich keine thema einfach zu hier mache ich ein fenster rein so hier kommt auch noch mal ein fenster hin so lalalala das kostet ganz schön viel steine ich höre drunter was laufen ich bin mir nicht sicher was es ist hier werde ich glaube ich auch noch ein fenster reinziehen so und dann geht es jetzt eigentlich weiter mit der höhe jetzt ist die frage die höhe von dem anderen gebäude werde ich glaube ich weiterführen weil die höhe ist gar nicht mal so schlecht so genau so jetzt noch nicht runterfallen als wäre nicht schön so aber fenster technisch glaube ich reicht das auch von der höhe her hallo so bist du wohl wo hänge ich denn ach so die werkbank ist da ja dann ist ja okay so ja das ist doch super das passt doch alles sehr schön die sterben also geht doch verdammt was 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 wollte der von mir wahrscheinlich so unser allianz verkäufer ich möchte eine versicherung anbieten jetzt nur im angebot so dann wollen wir mal also lalala ja doch ist richtig was ich hier baue aber hier muss noch obwohl hier oben so eine fensterfront so eine lange ist auch cool da kommen so viele ideen immer in meinem kopf stein noch ein schon irgendwie geil sondern lange fensterfront da rein zu zimmern ich glaube das werde ich auch machen bin auch immer liegen ob ich oben noch die dachterrasse macht dann müssen wir eben eine treppe bauen ich glaube ich werde vielleicht hier seine treppe so nach oben bauen so mal schauen dann werde ich das mit der fensterfront genau da so machen so hier kommt die tür rein das ist ja unsere standard höhe hier kommt die tür rein so genau dann kann man hier durchgehen kommt in die hühle in die hühle in die hühle so zack oder wir machen komplett rundherum so eine fensterfront das wäre natürlich auch geil dass man das ich muss erst mal hier drauf gehen einmal damit ich da weiter bauen hallo ich da weiter bauen kann in der ecke vielleicht doch ein stein hin und dann halt wie gesagt die front weiter bauen so zwischendurch dann müssen wir mal gucken wie wir das wie wir das handhaben werden so hier vielleicht in der ecke auch noch mal sonst stein dann bringt das noch mal richtig viel licht ins gebäude das wird ganz schön viel glas kosten aber wenn wir einmal sand gesammelt haben ich denke mal dann haben wir genug davon keine steine mehr ich glaube ich muss ein paar steine holen das dach weiß ich noch nicht ob wir das aus holz bauen oder so müssen wir mal schauen so habe ich noch drei steine ich glaube ich das wird auch knapp jetzt werden so viel haben wir nämlich nicht mehr was habe ich denn hier gebaut das ist glaube ich holz so müssen wir mal schauen so da kommt ja die tür rein dann kann ich das eigentlich auch zu bauen hier genau das bleibt dann zu kann doch mal so eine front rein sehr schön genau machen wir das so sieben so im bunker so das sieht doch super aus das dach bauen verlegen ob ich hier den rand vielleicht mit den steinen macht also so ja die musik ist manchmal auch sehr lustig kommt immer so nur plötzlich so und dann kommt nichts ja fünf steine noch vier noch und jetzt haben wir nichts mehr das heißt wir müssen steine sammeln gehen da muss auch noch mal ein stückchen mehr rein aber das sieht doch schon mal nach etwas aus nach vor allem auch noch eine menge platz und da können wir dann auch zimmer machen und alle ach mein gott das ist alles so viel noch was wir noch machen möchten und also vorstellung ich auch noch habe habe ich versuche mal hier ein paar steine abzubauen steine das ist nun mal leider leider ich muss mich immer wieder entschuldigen obwohl eigentlich wird er wieder wahrscheinlich verständnis habe aber das ist nun mal bei crafting games ist es so da muss man halt bisschen sammeln irgendjemand ich weiß gar nicht wer es von euch war hat den kommentar geschrieben ja dann eben doch den diesen diesen den baumodus den creative modus und dann kannst du doch viel viel schneller bauen ja aber ich habe ja glaube ich in der letzten folge schon gesagt ich möchte das irgendwie wenn dann möchte ich schon wirklich so alles so selber erschaffen und wo ich dann sagen kann ja das habe ich alles selber gebaut das wird wahrscheinlich 100 folgen dauern aber aber dafür jetzt richtig schön steine stein auf stein stein auf stein das häuschen wird bald fertig sein Frühen Tau zu Berge, wir ziehen Falldrang. Oh, guck mal, da ist sogar Kohle noch mit bei. Wie praktisch. So, jetzt haben wir wieder jede Menge Steinchen. Blub. Blub, 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 blub. So. Ich muss ganz ehrlich sagen, Minecraft ist auch so ein Spiel, was man so, ja, auch so mal zwischendurch mal spielt. Um so ein bisschen Ruhe zu kriegen vor den anderen Spielen. So, wenn man, wie gesagt, die ganze Zeit immer so einen Shooter spielt oder ein Rennenspiel spielt. Dass man einfach mal wieder so ein bisschen so zur Ruhe kommt. So ein bisschen gemütlich einfach mal. Ach ja, ich baue mir jetzt heute hier ein... Das ist ganz schön dunkel, ne? Ich baue mir heute einfach mal hier so ein Häusle. Und, äh... Ja, und wenn es fertig ist, ist es richtig schön. So, machen wir mal hier eine Fackel hin, dann sehen wir mal ein bisschen was. Die Kohle nehme ich natürlich mit. Kohle ist immer gut. Haben wir zwar noch nicht genug von, aber... Je mehr, desto besser. Oh, und da ist die Spitzhacke auch schon weg. So. Und Steine brauchen wir ja, um unser Haus weiterzubauen. Und hier haben wir, glaube ich, eine richtige Fundgrube an Steine. Die wir... Ich habe da gerade irgendwas gehört. Ich sehe schon, komm, ich grabe mich gleich irgendwo in so eine Höhle rein. Und dann falle ich nach unten oder... Beziehungsweise... Werde ich irgendwie eine neue Höhle finden oder sowas. Aber dass wir schon so viel auch zwischendurch erlebt haben, da mit der Pyramide und alles. Das ist schon... Schon der Wahnsinn. So. Steine, 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 Steine. Und da ist wieder auch Kohle am Liegen. Ich hoffe natürlich, sind wir eigentlich schon... Ich kann mich gar nicht entsinnen. Sind wir eigentlich schon einmal jemals gestorben hier in der Season? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich kann mich gar nicht mehr entsinnen. So. Ich weiß es gar nicht mehr. Da gräbt sich einer durch. Oder die Pferde fressen gerade Wiese. Wiese, 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 Wiese. Und es wird, glaube ich, Nacht, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, ja. Deswegen werden wir mal schleunigst... Ah, da liegen auch noch Steine. Sehr schön. Wir haben hier nochmal eine Fackel hin. Ja, nochmal eine hin, damit es nicht zu dunkel wird. Damit wir wissen, ah, hier... Da sind wir am Graben. Und jetzt bekomme ich auch noch eine Party-Einleitung, die ich jetzt gerade nicht brauche. Und, ähm... Ja, sehr schön. Jetzt haben wir ein paar Steine. Ich werde mich jetzt nochmal schlafen legen. Ganz gemütlich. So, zack. Damit die Nacht ganz schnell überwunden wird. Sehr schön. Und da haben wir die Nacht auch schon überwunden. Und können hier noch ein bisschen weiter bauen. Mit unseren Steinen, die wir gesammelt haben. Ich hoffe natürlich, dass wir die Schafe aus der Wohnung kriegen. So. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Das wird ein richtig schöner Anbau. Wahnsinn. So. Und jetzt möchte ich doch gerne... Müssen wir mal gucken. Ich will nur überlegen, ob ich einfach in der Mitte noch so eine Säule baue. Das kommt schon auch gut. Aber ich möchte mal schauen... Ich muss mal gucken, wieso kriegen wir denn andere Steine nicht hin? Wie kriegen wir das denn? Hm. Da brauchen wir Stein. Aber Stein haben wir gar nicht, ne? Hm. Wie wird das mit dem Dach machen? Bin ich gerade noch im Überlegen. Haben wir denn noch irgendwie... Sand haben wir auch nicht. Wir haben Holz aber noch, jede Menge. Mal hier die Steine mal eben kurz reinpacken. So. Äh... Nein, den nicht. Den Kies können wir auch noch hier beipacken. Kies. Jede Menge Kies. So. Ich habe wieder Krimskrams auch wieder. Und ich müsste, glaube ich, auch mal wieder den Grill anschmeißen. Da ist aber da so viel Zeug drin. Pfeile haben wir auch, glaube ich, jede Menge. Denisse, können wir echt mal dennächst mit Pfeile auf Reisen gehen. Mit Pfeil und Bogen. Ich habe noch nie mit Pfeil und Bogen geschossen in dem Spiel. Das könnte man echt mal... Echt mal so ein bisschen... Ein bisschen ausprobieren. Dann haben wir noch mal Steine. Die packen wir auch noch mal hier rein. So. Hier haben wir... Die Eisenbarren. Wie viele Eisenbarren wir schon haben. Ist auch schon der Wahnsinn. Die sind echt gut ausgerüstet. Ist der Hammer. So. Dann haben wir auch noch Steine. Die möchte ich auch noch mal hier reinpacken. So. So. Zack. Genau. Das passt alles. Die Pflanze, die kommt auch noch mal hier rein. Nein. Unten. Da oben war sogar noch eine leere Kiste. So. Genau. Und dann möchte ich jetzt einmal das Holz mitnehmen. Was wir da haben. So. Das Eichenholz. Eichelholz wollte ich jetzt gerade sagen. Entschuldigung. Eichenholz meinte ich natürlich. So. Wenn nicht, müssen wir auch vielleicht ein bisschen Holzhacken gehen. Ich weiß es noch nicht. Müssen wir mal schauen. Und mal geben was kurz. Knabbern. Sehr schön. So. Dann schauen wir mal. Wir können Eichenholzbretter bauen. Fürs Dach vielleicht Eichenholzbretter. Aber Eichenholzbretter war für den Boden schon, ne? Vielleicht werde ich erstmal den Fußboden machen. Um mal zu gucken. Da werden wir auch jede Menge brauchen, glaube ich. Das muss leider sein. Der Boden, Bodenfliesenleger oder Laminatleger braucht natürlich Platz. Also müssen wir natürlich hier jede Menge Platz schaffen für den Boden. Und das werden, glaube ich, jede Menge... Jede Menge Bretter werden das sein. Und da ist auch schon die Höhle. Ich habe es mir nämlich schon so ungefähr gedacht, dass das passieren wird. Aber egal. Wir können die... Wir können den ja zumachen, die Höhle. So schlimm ist es ja dann nicht. Dafür... So, da geht auch schon die Schaufel kaputt. Aber wir haben ja genug. Wir sind echt super aus... Ohne Spaß. Wir sind echt super ausgerüstet. Und das macht ja auch dann richtig Spaß, wenn man gut ausgerüstet ist und alles. Dann kann man ja auch richtig viel bauen. Was natürlich auch sehr, sehr viel Spaß macht in dem Spiel. Dieses Bauen ist schon echt cool gemacht und echt cool gelöst. So. Lalalalalala. Ich baue meinen Boden. Und habe dort einen dicken Hoden. Entschuldigung, das wollte ich gar nicht sagen. Oh, da ist ja auch noch ein bisschen Höhle. Das sehe ich gerade. Machen wir erstmal hier unten zu. Ich glaube, die Nachbarn stören mich dann auch nicht so sehr. So. Mein Gott, ist das eine Schweinearbeit. Ist ja unglaublich. So. Nein, das wollte ich gar nicht. Verdammt. Eine Etage tiefer soll ich bauen. Muss ich mal gucken. Da. Na. Na. So. Genau. Da hin. Da. 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 Das muss leider alles weg. Es tut mir leid. Aber es muss gemacht werden. Einer muss es ja tun. Ich bin ja hier alleine. Da hilft mir ja keiner. Das ist ja auch nicht das LPT mit dem Lee-Man-Banandro. Sondern. Ähm. Das ist das Einzel-Let's Play. Und. Ja. Wie viel Erde will wir da kriegen. Also mit Erde kann man sich hier glaube ich Tumpf schmeißen. Also ein Haus aus Erde kann man sich ja auch bauen. Aber das sieht nicht so toll aus. Ja. Der kann ruhig in der Luft schweben. Das ist nicht so schlimm. Lass mal jetzt hier zumachen. So. Das hätten wir schon. Sehr schön. So. Dann werden wir mal schauen, dass wir mal hier die Bretter uns bauen. Weil da werden wir wahrscheinlich ein paar brauchen von. So. Dann machen wir auch nochmal 64. So. Und dann schauen wir mal, ob das jetzt schon reicht. Ich glaube zwar noch nicht dran. Weil das ist eine riesen Fläche ist das. Da müssen wir mal gucken. Die Holzachs brauche ich jetzt gerade mal nicht. Können wir da ein platzieren. Und was zu essen können wir auch mal hier so platzieren. Können wir nicht direkt loslegen. Weil ich möchte diesen Fußboden schon gerne weiterführen. Lalalala. Das wird, glaube ich, ein sehr ellenlanges Projekt hier. Dieser Anbau. Aber nun gut. Die Zeit, die haben wir. Uah, das war falsch. Jetzt brauche ich doch die Axt. Siehste? Ich wusste es doch. So. Lalalala. Lalalala. Und diese beruhigende Musik dabei. Und wie einer schlief von euch ein im Let's Play. Jetzt war's los. Komm ich persönlich vorbei. Huch. Habe ich da gerade einen Creeper gesehen? Nein. Puh, ich dachte schon. Ich mache schon mir Sorgen um meinen Anbau. Weil wenn das explodiert, das wäre nicht schön. Ob ich das richtig bemessen habe mit den Fußboden? Müssen wir mal gucken. Ich glaube zwar nicht. Boah, wenn das jetzt genau hinkommt, dann flippe ich aus. Ich kann es ja gar nicht glauben. Ich glaube, das kommt genau hin. Ich glaube, das wird genau hinkommen und genau passen. Oder? Das ist ja unfassbar. Das kommt genau hin. Also wir werden noch was übrig haben. Wir werden ja wahrscheinlich noch was brauchen vielleicht für irgendwas anderes. Aber ich glaube es ja nicht, dass ich so gut, dass ich das so gut jetzt ausgemessen habe. Höhö, voll angeberisch. Du hast es ausgemessen natürlich mit Wasserwaage und Zollstock oder wie. Ja. Sehr schön. Wow. Unglaublich. Und das ist der Fußboden schon fertig. Wow, Wahnsinn. Dann können wir doch die Räume machen. Wie geht es? Das Schlafzimmer möchte ich auch woanders hinsetzen. Das werde ich wahrscheinlich irgendwo hier. Wir werden noch, denke ich mal, einen Keller bauen. Der Keller wird wahrscheinlich dann vielleicht... Ich weiß nicht, wir müssen mal gucken, wie wir das machen mit dem Keller. Vielleicht machen wir den Keller hier hin. Entschuldigung. Ja. So. Ja, gut. Supi. Ich glaube, das war es jetzt erstmal wieder mal für diese Folge. Mein Gott. Ein bisschen haben wir was geschafft bei unserem Anbau. Und ja, das wird auf jeden Fall noch... Ja, viel, viel mehr werden. Und wir werden es ja dann den nächsten, der nächsten Folge dann sehen. Dann werden wir wieder weiter bauen. Und äh... Mein Gott, das wird so riesig. Total übertrieben. Aber naja, gut. Und... Ja, ich würde mich freuen, wenn er dann wieder einschaltet. Hier im Let's Play Minecraft. Und dann geht es weiter mit dem großen Häuserbau. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.